Musik Darf ich ihn auch füttern? Volles Programm an mehr als 130 Locations. In der Aktionswoche der Wiener Parkbetreuung kommen Kinder und Jugendliche voll auf ihre Kosten. Wir sind im Mexiko-Park in Leopoldstadt zu Besuch. Dort zeigt der vierbeinige Therapieprofi Elliot sein Können. Auf das Thema mit dem Therapiehund sind wir da noch gekommen, weil sehr viele Hunde im Park sind, Hundebesitzer. Und uns das Miteinander zwischen Kindern und Hunden ein sehr wichtiges Wort. Neben Spiel und Spaß steht deshalb auch das Lernen im Vordergrund. Man soll eigentlich mitnehmen, wie geht man mit einem Hund einfach wirklich um. Wie kann man die Signale von Hunden interpretieren und auch Ängste gegenüber Hunden abbauen. Und das geht laut Elliots stolzer Besitzerin so. Den Kindern einen Umgang vermitteln mit dem Hund, ein bisschen was über die Hundesprache begrüßen, Leckerli nehmen, ein bisschen spielen mit dem Hundespielzeug. Musik Von Berührungsängsten keine Spur. Elliot macht seinen Beruf als Schmusi-Monster alle Ehre. Langsam und vorsichtig frisst er den Kindern aus der Hand. Die sind von dem 13-jährigen Pointer-Mischling total begeistert. Wir haben ihm ein bisschen Essen gegeben, ein bisschen mit ihm bespielt und die Bürste gebürstet. Für die meisten Besucher ist der Umgang mit dem besten Freund des Menschen aber sowieso nichts Neues. Es sind halt sehr viele Hunde hier und man kann mit ihnen sehr viel spielen. Nach dem Füttern dürfen die Kinder mit Elliot noch ein paar Runden Gassi gehen. Sie haben ihn bereits längst in ihr Herz geschlossen. Ich habe keine Angst vor Hunden gehabt. Ich möchte gerne auch einen Hund haben. Ein wirklich erfolgreicher Tag für die Vier- und auch für die Zweibeiner. Ich möchte gerne auch einen Hund haben.